Willkommen in Aachen! Das hier hat tatsächlich damit zu tun, was wir vorhaben. Aber keine Sorge, wir möchten keine Dreispitze produzieren. Unser Hobby ist historisches Tanzen. Im Gegensatz zu heutigen Tanzen tanzt man dies meist in großen Gruppen. Man wechselt den Partner dabei relativ zügig durch. Das heißt, man hat ungefähr 16 Takte, um einen bleiben mit Eindruck zu hinterlassen. Das kann entweder ein besonderes Kleid sein, ein fürchter Spruch oder manchmal reicht auch nur ein bezauberndes Lächeln. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass sich dabei der Smart Talk entwickelt hat. Die historischen Tanzfiguren und Schritte sind einzigartig und erzeugen gemeinsam mit der dazugehörigen Musik ein wunderbares Ambiente, was man aus Film und Kino kennt. Seit fast zehn Jahren lassen wir dieses Ambiente nun auf Tanzbällen in historischen Sälen mit bis zu 200 Personen auferleben und haben uns damit in der Szene einen starken Namen gemacht. Was wir nun vorhaben, ist unser zehnmaliges Jubiläum. Mit bis zu 800 Personen möchten wir mit euch in der historischen Szene Stadtteile Wuppertal feiern und somit den größten historischen Tanzball in der jüngeren europäischen Geschichte veranstalten. Hier trainieren wir gerade. In ganz Deutschland gibt es Gruppen, die solche Tanz-Trainings regelmäßig veranstalten. Im Verein Datatio Historisches Tanzen Aachen e.V. trainieren wir wöchentlich. Musik 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 Das Problem bei den vorigen Tanzbällen ist, dass wir nur 200 Gäste einladen können, aber weitaus mehr kommen möchten. Und um dem Abhilfe zu schaffen, haben wir uns für das zehnmalige Jubiläum eine neue Location ausgesucht. Und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Musik In diesen Hallen möchten wir mit euch feiern und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Musik 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 Musik